ein herzerfrischendes moin moin und willkommen bei anno 1800 mit eurem annibal ich wünsche euch viel spaß mit der nächsten folge geht also nur noch der transport in die in die neue welt in die alte welt so alte welt da schauen wir mal wenn wir jetzt noch mal frachtschiffe so bei frachtschiffe kümmer schon mal bauen die bilden wir dann mal voll machen mit starrträgern und hier dem ganzen klamm butsch da so wir schauen auch mal ganz konsum güterlager rum ist rum nimmt ab auch du liebes bisschen rum musst du eigentlich so oft wie die fisch für die schiffe ankommen müssten müsste doch eigentlich von quasi von selber laufen aber scheinbar nicht okay alles löschen rum läuft nicht von selbst was haben wir noch alles andere stabil pelzmäntel auch eigentlich noch genug da schokolade und zigarren haben wir und braucht hier keine sau und eigentlich ist alles da bis auf rum müssen wir mal auf der neuen welt gucken dass wir noch ein bisschen rum irgendwo herkriegen rumkugeln so braucht man dafür zuckerrohr so die waffenruhe wurde beendet so da ist doch nichts mehr übrig von dir hier also hier ist zuckerrohr das könnte ich also schon mal hier wieder anbauen nein ich nicht du kannst von mir aus mit jene hier krieg anfangen ich habe damit nichts zu tun wirklich nicht also ich lass mich dich in jeden krieg reinziehen oh 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 so dann haben wir das auch so so noch eine zuckerrohr also zuckerrohr kann man auf jeden fall gebrauchen so 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 dann wollen wir das jetzt mal mindestens ein so keine anbindung an das gebäude dann machen wir doch so und schieben das hier hin so ist jetzt mehr zufrieden so passt doch fertig so so dann können wir hier nur um brennerei hinsetzen holzfällerhütte brauchen wir dann noch ein bisschen mehr brauchen wir dann halt noch mehr holzfällerhütten das ist ja nicht schlimm so damit er doch passt und noch eine holzfällerhütte damit dann auch wieder passt und dann haben wir hier vier holzfällerhütten ein sägewerk und wie viel rumbrennereien können wir da jetzt noch bauen wir haben jetzt noch zwei stück bauen und noch ein lagerhaus daneben so wasser doch dann passt das doch dann ist das doch gut so da haben wir drei rumpfabriken quasi mehr weil ich auf der insel beim besten willen ist nichts mehr drin wir haben hier schon auf der insel 22 hier ist das problem dabei eigentlich nicht genug holz haben wahrscheinlich hier ist kein platz mehr so warum ist eigentlich bis zum abwinken hier auf lager wo sind denn meine schiffe hier wo sind die denn alle so dann könnt ihr auch ja schokolade könnte mitnehmen und die entladen so wie viel frachtplätze sechs passt ja wir können ja auch gar nie laden so was dich angeht muss ich leider meinem instinkt vertrauen schlau nix zu zwei annehmen so ja muss mich immer ein bisschen mehr transportieren guten da ist schon auf der route los kaffeezigarrenroute so auf careful city kannst du könnte man die schokolade mitnehmen und dann hier ausladen kaffeezigarrenroute und dann könnte man hier die campion dazunehmen dann hätte man wesentlich zwei schiffe auf dieser route so alles ausladen fertig nehmt dann bisschen kaffee mit bringt den hier rüber so ja dann ist das wieder gut so so das haben wir auch schon mit macherei baumwollplantage die filzfabrik ja dann sieht das hier doch schon gar nicht so schlecht aus ich weigere mich das zu akzeptieren so dann haben wir hier drei vier ja dann passt das doch dann sieht das doch gar nicht so schlecht aus so hab ich denn schiffe frei nö ne ich hab gerade kein schiff frei so musst du halt mit leben ich hab kein schiff mehr frei wie ich will so soll ich ihnen zeigen wie das geht die kunstschreinerei was brauchen die denn so so was braucht ihr denn so dann müssen wir jetzt mal hier noch ein bisschen quasi nochmal hier hinten nochmal eine siedlung bauen wollen wir einen marktplatz hin so ah ist jetzt auch so Pima Daumen gebaut ne so ja das äh Pima Daumen bauen machen besser mal nicht ne gebackene Bananen wie sieht es damit aus? wie viel brauchen die davon? passt doch schon der hat eh nichts mehr zu sagen der ist eh schon weg ist eigentlich eh schon erledigt das hat sich mit dem schon eh erledigt alte Welt neue Welt so wir müssen ja immer gucken dass wir erstmal in der neuen Welt schon mal alle druckfähigen Sachen wieder mal fertig machen damit wir in der alten Welt Ruhe haben so so dann passt das hier auch wieder so dann müssen wir hier mal ein bisschen Platz machen da kommt nämlich dann noch eine Feuerwache hin so eine Kapelle brauchen wir auch immer Polizeirevier kann man auch mal gut gebrauchen ein Hospital so und so so jo okay du kümmerst dich um mich gut verstanden so aber ich glaube du solltest dich erstmal um dich selber kümmern du Knaller weil von dir ist ja nicht mehr viel übrig na gut ich hab da schon mal mit zu tun dass er nicht mehr viel übrig ist aber so dann haben wir das können wir hier hinten die Siedlung bauen so 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 der kann hier kein Ausstieg ist nicht möglich warum nicht naja die Kapelle muss her damit er so zufrieden ist damit er dann passt oder was aber von mir aus so schön hm 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 so da ist wieder ein Schiff vom Stapel gelaufen müssen wir auch noch dazu holen scheinbar müssen wir hier ordentlich auf der Route noch ein bisschen was verbessern da kann scheinbar nicht genug unterwegs sein so ja da ist schon was unterwegs so Nachtschiff steht bereit und frag mich wo die alle sind da fragt man sich echt dann schon wo die ganzen Schiffe dann sind ne so Edgarte ja hm hm Frachtschiff einsamer Stern hm so da ist schon überall was unterwegs aber nicht genug so ist denn da immer los das kostet ja wirklich dann so ein bisschen nerven so 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 careful city kannst du auch noch rum laden glaube ich dann kannst du dann hier abladen oder nicht reverend schalter so so passt das doch weil hier soll dann alles abgeladen werden dann ist gut so so dann bringen die noch ein bisschen rum hier rüber ja so so und da sind wir wieder am Ende einer Folge von anno 1800 angekommen ich hoffe ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und damit sage ich bis demnächst ciao ciao so so